Man sagt ja, das christliche Abendland hat einen gewissen Wildwuchs erlebt. Und zwar, wenn man davon ausgeht, es ist wie bei einem Fluss, wo eine reine Quelle ist. Und das, was aus der reinen Quelle kommt, wenn das dann im Laufe der Jahre durch die Lande fließt und immer weiter, weiter geht, und man darf nochmal die Donauquelle angucken, und dann was so kurz vorm Endpunkt übrig bleibt, dann kommt einfach viel dazu. Da kommen Nebenflüsse, da kommt Verunreinigung, da kommt Verschmutzung rein. Und in der Christenheit ist es ähnlich geschehen. Diese Quelle des Wortes Gottes wurde dann immer mehr durch große, charismatische, ich sage jetzt einmal charismatisch im Sinne von auch Idiokarisma, das heißt von hochbegabten Menschen, das muss nichts mehr mit Gott zu tun haben, sondern von hochbegabten Menschen dann auch gesteuert. Und so ist dann einfach etwas zustande gekommen, das man heute die Christenheit nennt, und vielfach Dinge, die mit der Wurzel, mit der Quelle, mit der Heiligen Schrift gar nicht mehr so viel zu tun haben. Ich denke jetzt vor allem an die Feste, man darf etwas nicht vergessen, viele unserer Feste kennt die Bibel gar nicht, hat sie nie gekannt und ist bei uns dann zum Erfolgsgut geworden. Das einzige Fest, das die Bibel eigentlich kennt, und da möchte ich auch heute darauf eingehen, das ist eigentlich Pfingsten. Wir kommen jetzt von Pfingsten her, und Pfingsten hat eine große Auswirkung. Auch Paulus sagt in Apostelgeschichte 2016, an Pfingsten will ich wieder dort und dort sein, oder 1. Korinther 16, 8, wo er auf das eingeht. Das heißt, Pfingsten ist eigentlich das einzige Fest, das die Gemeinde hier in der Heiligen Schrift nennt. Das ist interessant, sie nennt nicht Weihnachten, sie nennt nicht Ostern, sondern sie nennt Pfingsten. Und Pfingsten ist ja die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da dazu muss man einfach nüchtern sachlich sehen, es ist ja nicht so, wie in den Kinderbibeln oft dargestellt wird, dass Gott, der Vater, der allein wahre Gott, der einen Sohn hat, der völlig wesensgleich mit ihm ist, dass dieser alleinige Gott letztendlich ein Mann ist, mit einem Bart, der im Himmel sitzt. Und so kommt es ja manchmal, also selbst in Kinderbiblen sind manchmal seltsame Darstellungen. Sondern Gott ist Geist, sagt Johannes 24. Und die anbeten müssen in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Selbst wenn man Jesus sagt, 2. Korinther 3, 17, der Herr ist der Geist. Das heißt, wir haben jetzt einfach eine völlig andere Situation seit Pfingstes, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott ist Geist, der Sohn ist der Geist. Und jetzt plötzlich spielt sich hier alles im geistlichen Bereich ab. Und Pfingsten war der entscheidende Punkt, wo es passiert ist, das jetzt Auswirkungen auf uns in einer entscheidenden Art und Weise hat. Und das möchten wir uns einfach ansehen. Wenn ihr heute, wie ich es oft gemacht habe, meine Kollegen geärgert habe, und wenn ihr heute jemanden ärgert aus der Welt, und ihr fragt ihn einfach, wenn er euch schöne Pfingste gewünscht hat, ja, was ist denn das? Dann werden sie wütend. Und zwar aus einem ganz einfacher Grund. Sie haben nur eines im Kopf, Feiertag. Sie haben nur diese Frühlings, das ist für sie der Beginn des Frühlings, das haben sie im Kopf, meistens auch Urlaub. Aber wenn dann jemand fragt, was heißt das überhaupt Pfingsten, dann kam immer, ach sie, lasst sie mich in Ruhe, ich will das, was soll das? Dann muss ich sagen, ja, ist klar, Heidetum. Von daher möchten wir uns einfach Pfingsten nochmal etwas ansehen. Und vor allem auch, wenn wir jetzt ja nach Pfingsten sind, die Auswirkungen auf uns. Was ist denn seit Pfingsten? Ist das ein Fixpunkt? Das ist ein großer Fixpunkt, der dann Auswirkungen auf uns hat. Im Israel war es das Schawutfest. Das heißt, das Wochenfest, 50 Tage nach dem Passat. Und Pfingsten heißt eigentlich nur der 50. Wenn man es übersetzt, ist eigentlich nichts Besonderes, der Name. Das ist eingedeutscht worden von Luther. Ich möchte uns Joel 3, die ersten fünf Verse lesen. Das ist die große Verheißung dessen, was am Pfingsten geschehen ist. Und zwar in Kapitel 2 erklärt Gott zuerst ab Vers 12, dass Israel von Gott gerufen wird und dass sie heimkehren sollen und dass Gott ihnen alles zurückerstatten will, was der Verderber zerstört hat. Und dass sein Volk nie mehr zu Schande werden soll. Also es geht schon um die endgültige Annahme Israels. Man sagt hier die Schrift, sie setzt hier ein, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgüße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mäckte will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Wenn man das jetzt einmal ganz sachlich liest, ohne jede Vorkenntnis, dann muss man sagen, muss die Geistesausgießung aus Römer 11, 25 und 26, Jesaja 32, 15 gemeint sei. Die Bibel redet vom schrecklichen Tag des Herrn, der letzte Tag des Herrn, diese große Gerichtsperiode, die dann durch die Wiederkunft Jesu beendet wird und dann ganz Israel gerettet werden wird. Und man das ganz nüchtern liest, muss sagen, ja, sein Volk wird nicht mehr zu Schanden wert. Aber jetzt kommen wir zu einem großen Geheimnis der Heiligen Schrift, aber wie man mit der Heiligen Schrift umgehen muss. Man muss nämlich, das ist eine ehrelle Regel, und wenn ich die Regel gekannt hätte, hätten wir in meinem Leben viele Verführungen, viele Umwege erspart geblieben. Es ist nämlich so, wenn man alle Stellen liest, die eine Sache betreffen, und sie dann genau untersucht und richtig gewichtet, dann kommt man zum Schluss, was Wahrheit ist. Und hier haben wir jetzt mal ganz einfach, ich möchte nochmal auf ein paar Dinge hinweisen in dem Text. Er sagt, ich will meinen Geist ausgießen. Da liegt die Betonung auf meinen Geist. Da gießt einfach den Geist aus. Jetzt sagt er, als Folge davon werden eure Söhne und eure Töchter weissagen. Eure ist Israel im Zusammenhang, gar keine Frage. Und eure Ältesten, das heißt die Ältesten Israels, werden Träume haben. Und eure jungen Männer, Israels junge Männer, werden Gesichte sehen. Ich glaube immer noch, dass Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Wenn er hier sagt, eure, dann meint er ausdrücklich, ihr Israel. Und er sagt, aber es wird weitergehen. Er wird es auch über die Knechte und Mägde ausgießen. Und da steht kein eure mehr. Das heißt damit auch die Heiden. Dann sind wir schon bei Epheser 2, bei dem großen Geheimnis, dass die Gemeinde aus Juden und Heiden besteht. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Im Alten Testament, in der Prophetie, war in der Regel nicht bekannt. Es war ein Geheimnis. Das sagt Epheser 3, Abvers 4 und folgende. Es war ein Geheimnis, genauso Epheser 2, Abvers 11. Es war ein Geheimnis, dass Gott aus Juden, aus dem Auserwählten Volk und aus Heiden eine neue Heilskörperschaft, nämlich eine Gemeinde schafft, die aus Juden und Heiden besteht, die alle in einem Geist, zu einem Leben getauft werden. Das heißt, dass er was Neues schafft. Das steht im Alten Testament so exakt nicht. Es gibt viele Andeutungen, viele Prophetie, aber es war ein Geheimnis. Die Bibel sagt auch ganz klar, es war ein Geheimnis. Und man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Dieses Geheimnis, das hier verborgen war, das bricht dann durch die Ausgießung des Heiligen Geistes plötzlich in die Realität ein. Und plötzlich haben wir hier dann eine neue Heilskörperschaft. Aber er sagt ganz klar, zuerst Israel, das ist immer die Regel der Schrift. Aber ich darf jetzt nicht das Alte Testament lesen wie ein Deutscher, der glaubt, dass mit Luther die Welt begonnen hat. Sondern ich muss die Bibel lesen ganz sachlich. Und dann werde ich feststellen, aha, hier habe ich zuerst einmal ganz klar, Gott gießt seinen Geist aus, das ist ein Fakt, ohne Einschränkung. Er wird ihn ausgießen und die Kinder Israels, deren ihre Söhne, deren ihre Älteste, die werden Weiss sagen, werden Träume haben. Und unabhängig davon gießt Gott seinen Geist noch weiter aus. Was das alles für Konsequenzen hat für uns, das sehen wir nachher. Auf jeden Fall sagt das Ergebnis, jeder, wenn der Geist ausgegusset ist, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also universelles Heil. Er sagt, jeder, der kommt, das ist doch die große Hoffnung, die freie Botschaft. Du kannst noch so im Elend sein, noch so ein verdorbter Sünder sein. Der Herr rettet dich, das ist ja das Große. Er sagt, jeder. Und dann schließt er den Kreis, indem er sagt, das wird dann endgültig hervorbrecher vom Park Zion, nämlich, wenn der Herr Jesus wiedergekommen ist, Israel angenommen hat. Und dazu muss man ein paar Informationen haben, um überhaupt zu verstehen, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Wenn er seinen Geist ausgießt, warum sagt er, er gießt seinen Geist aus? Der Heilige Geist war doch da. Wir haben ja gesehen, 1. Mose 1, 1-4 schwebt und brüht der Heilige Geist bereits über der Finsternis und dann wird es Licht und dann spricht Gott. Das heißt, das Wort Gottes, der Herr Jesus tritt in Aktion. Warum muss er ihn ausgießen? Dazu ist ein wichtiger Punkt, ich weiß nicht, ob euch das je aufgefallen ist. Warum sagt Gott bei Sodom und Gomorra, dass er herabfährt, um sich das anzusehen? Das ist ein Unterschied zu heute. Zum Beispiel, wenn man ganz genau den Heiligen Geist im Alten Testament untersucht, das hat auch mit Pfingsten zu tun, dann sieht man, dass der Heilige Geist, das steht zum Beispiel in 1. Samuel 10, Abvers 6, dass der Heilige Geist nicht in jedem Juden war, sondern der Heilige Geist war nur im König oder auf dem König. Zum Zweiten war er, das sieht man 2. Mose 28, er war auf und im Priester. Und er war als Drittes auf und im Prophet. Auf König, Priester und Prophet war der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist in ihrem Herzen gewesen. Selbst immer König wie Saul war der Heilige Geist. Im Herzen ist dann gewichen, aber er war im Herzen. Und dann gibt es noch eine Sondergruppe, die nur der Heilige Geist hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Israel als ganzes, als Volk, hatte nicht den Heiligen Geist. Sondern nur König, Priester, Prophet. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich die Bibel lese und das nicht beachte, dann komme ich zu den wildesten Schlüsse. Da kommen die ganze Irrlehre und die ganze Verführung und das alles her. Man muss einfach die Bibel genau lesen. Und in der Bibel steht ganz klar, dass nur König, nur Priester, nur Prophet den Heiligen Geist hatte. Vierte Gruppe. Die Sondergruppe. Zum Beispiel die 70 Ältesten, auf die Gott der Heilige Geist gelegt hat. Bezalel, ganz wichtiger Mann. Der Arbeiter, der die Stiftshütte entworfen und bearbeitet hat. Das heißt also vier Gruppen. König, Priester, Prophet und Arbeiter an der Stiftshütte. Stiftshütte, ein Bild für die Gemeinde. Wisst ihr, wenn wir dann so schöne Liedchen singen, wie, dass der Herr Jesus König, Priester und Prophet ist, dann muss ich immer innerlich jubeln und muss denken, es ist herrlich, es ist schön, wenn wir das begreifen, was er hier gemeint hat, dass nämlich alles, was Gott geben wollte, die Fülle des Heiligen Geistes, auf König, Priester und Prophet vereint ist, unter dem, der an der Gemeinde arbeitet. Und das ist alles vereint im Neuen Bund, in der Person Jesu. Er ist König, er ist Priester, er ist Prophet, er ist der Arbeiter an der Stiftshütte. Dort ist die Fülle des Heiligen Geistes in der Person Jesu. Und wenn man das sieht, das sind ja nur Vorschattungen alttestamentlich. Wenn man das sieht, dann kriegt man einen Blick dafür. Und wo war dann der Heilige Geist für die Juden selber? Haggai 2,5. Mein Geist bleibt in eurer Mitte, das heißt, er war in der Mitte Israels. Außer König, Priester, Prophet, Arbeiter an der Stiftshütte, war der Heilige Geist auf der Stiftshütte. Jude sagen, die Schechina, kommt in der Bibel nicht das Wort, das gibt es doch nicht. In der Schechina, in der Wolke und Feuersäule, die sich auf die Stiftshütte gesetzt hat, dort war die Gegenwart Gottes, dort war die Fülle des Heiligen Geistes. Aber ein Jude hatte keinen Heiligen Geist. Hat er nicht. Es muss klar sein, man kann nicht die Bibel lesen und so tun, wie wenn die alle schon wieder geboren wären und alle den Heiligen Geist gehabt hätten. Wenn man das dann tut, dann kann man wildeste Lehren aufstellen. Dann kriegst du alles durcheinander. Mir geht es heute darum, zu zeigen, was Pfingster wirklich war. Pfingster war ein Einbruch geistlicher Gewalt ohne Ende. Es ist mit das Gewaltigste, was überhaupt jemals passiert ist. Außer dem Opfer Jesu natürlich, da brauchen wir ja nicht reden. Johannes 3,34, als der Herr Jesus hier auf der Erde war, wenn er König, Priester und Prophet ist, dann muss die Fülle des Heiligen Geistes an einem einzigen Ort gewesen sein. In der Person Jesu. Und es ist interessant, wie das dann auch teilweise übersetzt wird. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Manche übersetzen ihm nicht den Geist nach Maß. Steht im Grundtext nicht. Aber er gibt den Geist nicht nach Maß. Das heißt, der Herr Jesus war der, der die Fülle des Heiligen Geistes ohne Ende hatte. Als er hier auf der Erde war. Als König, Priester, Prophet und als dem, der die Gemeinde schafft. Und das ist wichtig, als er auf dem Berg der Verklärung war, Matthäus 17, da siehst du ja etwas, plötzlich kommt diese Lichtgestalt. Das war, weil die Fülle des Heiligen Geistes, die Schechina, die Wolken- und Feuersäule, in ihm war, umschlossen für sein Fleisch, nicht sichtbar für Augen, die fleischlich sind. Und in dem Moment, als seine, ich sage mal ein bisschen, naiv, chaotische Jünger, vor allem der Petrus, als die hier anfangen, Mose und Elia, die hätten jetzt hier einen Kult angefangen, so ist der Mensch. Dann macht der Herr Jesus was ganz einfach. Er lässt nur die Wirkung dieser Körperhülle, lässt er nur etwas, die lässt nur ein bisschen nach und sofort strahlt die Wolken- und Feuersäule, die in der Person Jesu ist, strahlt hervor und dann breit sie zusammen und dann redet Gott der Vater zu ihnen. Also da siehst du, wo der Heilige Geist war. Und jetzt geht der Herr Jesus ganz einfach hin und sagt in Johannes 7, 37, etwas Hochinteressantes. Er fordert sie auf, zu kommen, wenn sie Durst haben. Und jetzt erklärt er ab 8, 38, Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, er sagt hier ganz klar, der Heilige Geist, so wie er nachher in der Gemeinde da ist, war zur Lebzeite Jesu nicht da. Als er hier auf der Erde war, bevor er am Kreuz war. Er war nicht da. Er sagt, er kommt später. Das sagt er ganz klar. Also ist schon mal ein riesen Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, nachdem er gekommen ist, wie der Herr Jesus es sagt, und vom Heiligen Geist, der im Alten Testament ist. Wisst ihr, manchmal, man verwechselt das ja gern. Im Neuen Bund zum Beispiel sagt die Bibel, du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm die rechte hin. Im Alten Testament war es völlig anders. Als der Heilige Geist über Simson kam, hat er ein Eselskindbacke ergriffen und schlägt 3000 Philister tot. Ist doch wohl ein Unterschied, oder? Im Psalm wird gesungen, dass man die Kinder, die Säuglinge Babylons nehmen soll und ihre Schädel am Felsen zerschlagen soll. Und im Neuen Bund sagt er, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Also eine völlige Umkehr. Also man muss das einfach nüchtern sehen. Das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, der Heilige Geist tut im Alten Testament etwas anderes wie im Neuen Testament. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen nie vergessen, Zur Zeit der Evangelien war der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft, so betitelt ihn dann Paulus in Römer 8, 15, nicht ausgegossen. Er war auch nicht da. Der Jesus sagt ganz klar, er war nicht da. Dann kommen die Leute und sagen, ja, aber spätestens, als der Herr Jesus sie angehaucht hat und gesagt hat, empfanget den Heiligen Geist, am Ende vom Johannesevangelium, da hatten sie den Geist. Nö, hatten sie nicht. Das war eine Geisteszufuhr alttestamentlicher Art, weil die Bibel ist ganz korrekt. Sie sagt in Johannes 16, Vers 7, Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, der Paraklet, der Tröster, der Geist der Sohnschaft, das ist hier gemeint, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jetzt haben wir eine ganz klare Aussage. Der Heilige Geist kann als Geist der Sohnschaft, als der Tröster, als der, der das Neue wirkt, erst kommen, wenn der Herr Jesus hingegangen ist. Das ist schon mal Fakt. Von daher war der Heilige Geist vor Pfingsten überhaupt nicht da, im Sinne eines Geistes der Sohnschaft. Das ist eigentlich leicht erklärbar, wenn man das Alte Testament schattenbildlich untersucht, dort wird der Heilige Geist als Öl dargestellt. Und dann sieht man, dass das Öl immer nur dorthin kommt, das steht im 3. Mose 14, wo vorher das Blut war. Das heißt, da musste erst das Blut sein und dann auf das Blut wurde das Öl drauf getan. Zum Beispiel auch bei Reinigung, in 3. Mose 14, dort sieht man etwas Gewaltiges. Das ist eine Bildersprache, aber das ist so, dass ein Kind versteht. Und er sagt hier, Vers 14, 14, 14, leicht zu merken. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, ich sage es einmal Neu-Destamentlich, der gerettet werden soll, der Gotteskind werden soll, der wieder geboren wird, auf das rechte Ohrläblein tun, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die Zehe seines rechten Fußes. Da sieht man ganz einfach, die Sinne sind gemeint, mein Tun ist gemeint und mein, wo ich hingehe, mein Laufen ist gemeint. Und dann heißt es, danach soll der Priester von dem Lok Öl nehmen, es in seine linke Hand gießen und der Priester soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist und mit seinem Finger von dem Öl siebenmal vor dem Herrn sprengen und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläblein tun, auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Ganz einfach, wissen Sie, da braucht man keine Theologie dazu, man muss nur lesen, versteht ihr? Da braucht man keine spitzfindigen Erkenntnisse, da braucht man keine großartigen Offenbarungen, man muss nur die Bibel genau lesen und dann sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt, das Öl kommt nur auf das Blut des Schuldopfers. Wo war das Schuldopfer zur Zeit der Evangelie? Noch nicht gebracht. Der Herr Jesus war noch nicht am Kreuz von Golgatha, er hat das Blut noch nicht vergossen, er ist noch nicht auferstanden gewesen, er ist noch nicht laut Hebräer 9,11 ins innerste Heiligtum gegangen, hier heißt es, als aber der Christus kam als sein hoher Priester, der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das heißt nicht mit Händen gemacht, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat eine ewige Erlösung erlangt. Das heißt, Jesus musste im innersten Heiligtum, im Himmel, nach der Auferstehung des Blut auf den Sühnedeckel sprengen und dann erst war die Bedingung erfüllt, dass der Heilige Geist kommen konnte. Aus dem Grund war zur Zeit der Evangelie niemand wiedergeboren. Zur Zeit der Evangelie war absolut sicher, nicht der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft da. Jetzt müssen wir das einfach mal nüchtern sehen. Zur Zeit der Evangelie war Zeit des Gesetzes, da war noch nicht Gnadezeit. Siehe Galater 4, 1-7 Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, auf das er es erfüllte. Und erst als das Blut im innersten Heiligtum war, war das Gesetz erfüllt. Wenn wir diese Dinge nicht beachten, dann kannst du alles, alles lehren, dann bringst du alles durcheinander. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, erst als der Herr Jesus auferstanden war, als das Blut im Heiligtum war, als das es ist vollbrachte Realität war, als eine völlige Erlösung da war, dann kam der Geist der Sohnschaft. Und er sagt, wenn ich weggegangen bin, ja warum ist er weggegangen? Er hat seinen Dienst getan im himmlischen Heiligtum. Und erst dann kam der Heilige Geist, konnte er kommen, nach göttlichem Gesetz. Jetzt sagt die Bibel was, es ist eigentlich phänomenal, es beginnt in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und geht bis 8, ich lasse mal bloß 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis auf das Ende der Erde. Wisst ihr, ich habe gelernt, wenn Gott irgendein Wörtlein einfügt oder irgendein Satz sagt, dann meint er was damit. Warum zum Beispiel nennt Gott hier vier Orte? Gut, die evangelistischen Ausleger, die haben ganz einfach gesagt, Jerusalem, du musst evangelisieren, in deiner Familie, Judea, du musst evangelisieren, in deiner Verwandtschaft, in deinem Umfeld, Samaria, du musst evangelisieren, in deinem Umfeld, deines Berufes, wo die Heiden sind, die Gottlosen. Dann hat er gesagt, und dann am Schluss gehst du noch zu den richtigen Heiden, wobei wir Deutschen mit die richtigsten Heiden sind, die es gibt, nämlich die schlimmsten, hat er ganz klar gesagt, dann gehst du nur raus in den Urwald und evangelisierst von mir aus die Animisten und ähnliches. Das ist eine schöne Auslegung, die gefällt mir auch, aber hier ist was anderes gemeint, da sagt der Heilige Geist, komm, Jerusalem, Judea, Samaria, Ende der Erde. Wenn man jetzt die Bibel ganz kindlich liest, dann sieht man in Apostelgeschichte 2, 1 ist die große Ausgießung des Heiligen Geistes, aber es geschät nochmals drei. Das heißt, in der Bibel werden vier Ausgießungen des Heiligen Geistes berichten. Die Bibel sagt dann auch ganz klar, wann es aus ist, wann es keine mehr gibt. Und das kann ich gleich vorab sagen, heute gibt es keine mehr. Aber es gab vier. Und die erste möchten wir lesen. Apostelgeschichte 2, 1. Also das ist das, was jetzt uns betrifft. Jetzt wird es hautnah. Wisst ihr, alles vorher war Vorläufertum. Alles vorher war schattenbildlich. Alles vorher war nicht Geistersohnschaft. Alles vorher war nicht Wiedergeburt. Sondern jetzt kommt es. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, der 50. Tag, israelisch-jüdisch gedacht, das Schawot-Fest, das Wochenfest, waren sie alle einmütig beisammen. Und das entstand plötzlich vom Himmel her im Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten, sich auf jeden von ihnen setzten. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen oder Zungen, dasselbe Wort, zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wurden aber in Jerusalem Juden. Ist wichtig. Juden. Gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Das waren Jaspora-Juden. Das waren wirkliche Juden. Die waren Beschnitte. Die gehören zu der Kultgemeinde Israels. Gehören aber zum Beispiel und jetzt werden 15 Orte genannt. Bei den Parter, bei den Metern, bei den Elamiter, in Mesopotamien, auch im Großraum Judäa, in Kapadozien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Libyen und so weiter. Das heißt, die waren, ich sag's mal so, Gastarbeiter in anderen Ländern. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sich in seiner eigenen Sprache reden. Jetzt wird er die große Tate Gottes erzählt und jetzt redet der Apostel Petrus, redet sie an den 14, sagt, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt. Also er redet jetzt ganz gezielt Israel und sagt er. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Stab Vers 16. Und es wird geschehen, jetzt hört er mal genau zu, jetzt seht ihr ein Geheimnis der Schrift. Ich habe inzwischen gelernt, wenn die Bibel ein Zitat aus dem Alten Testament abändert, dann ist das kein Fehler, sondern Gott wollte es so. Und er hat ganz gezielt etwas angezeigt. Und hier heißt es dann, das wird geschehen, in den letzten Tagen. Das steht im Joel nicht. Im Joel steht nach diesem. Sondern er sagt, in den letzten Tagen. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, dass die Bibel sagt, mit dem Kommen Jesu, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, beginnet die letzten Tage. Diese Lehre von den Amerikanern, vom Hallinze über die Endzeit, dass die Endzeit und die letzten Tage nur die letzten sieben Jahre sind, die haben die gesamte Christenheit narkotisiert. Die Bibel sagt ganz klar, in den letzten Tagen werde ich ausgießen, jetzt kommt der entscheidende Punkt, von meinem Geist. Warum habe ich vorher dauernd betont, meinen Geist? Weil er jetzt sagt, von meinem Geist. Hier ist ja auch nicht die Annahme Israels, hier ist ja auch nicht der Beginn des tausendjährigen Reiches. Und jetzt sagt er, ich werde ausgießen von meinem Geist, auf alles Fleisch. Und eure Söhne, Israel, und eure Töchter werden weiß sagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weiß sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mund in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das heißt, er zitiert Joel, sauber, setzt aber, und das ist der Heilige Geist, der das inspiriert hat, setzt aber vorn ein. Was habe ich also in Joel? Jetzt plötzlich wird das Joel völlig anders. Das Joel ist eine Gesamtverheißung an Israel, wenn man die Gemeinde noch nicht gesehen hat. Und jetzt sehe ich plötzlich in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, ist eine Teilerfüllung von Joel. Das ist eine Teilausgießung des Heiligen Geistes, nicht das Ende, sondern das Ende, das steht ja hier noch. Das kommt, wenn die Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne, wenn am Schluss, kurz bevor der Herr Jesus wiederkommt, wenn das passieren wird, wenn Israel sich an einem Tag bekehrt. Und das steht dann in Jesaja 32, 15, steht auch im Saharia, es gibt hier viele Bibelstellen, das ist dann der Schlusspunkt. Jesaja 32, 15, dort sagt er, so lange, bis der Geist aus der Höhe über uns, über Israel ausgegossen werden wird. Das ist Römer 11, 25, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, dann wird Gott ganz Israel rettet. Das heißt, es gibt den Ausgießung des Heiligen Geistes über den Überrechts Israel, sie werden da in einem Tag gerettet. Das ist aber der Schluss und dann ist Joel erfüllt. Aber uns, wir Heidengläubige, die aus den Heiden zum Glauben gekommen sind, die heute zusammen mit den Juden den Leib Jesu Christi bilden, die Gesamtheit der Gemeinde, für uns ist eindeutig, für uns ist Pfingster das Entscheidende. Die zweite Ausgießung, wir haben ja gesehen, Jerusalem, das war Jerusalem. Ausgießung über die Jünger Jesu laut der Juden. Die zweite Ausgießung ist Apostelgeschichte 8. Das ist gewaltig. Das sind die Samariter. Wisst ihr, was die Samariter waren? Die Samariter waren ein Mischvolk, das entstanden ist doch die Ansiedlung. Da hat man dann Heide und Jude zusammen angesiedelt und da ist was Furchtbares entstanden. Sie haben Gott gedient und gleichzeitig den Götzen. So schlimm, dass Gott Löwe schicken musste, um sie zu züchtigen. Und dann haben sie angefangen, hier ein neuer Kult zu schaffen. Das war eine Vermischung aus Wahrem und Falschem. Und wenn ein Jude jemand beleidigen wollte, dann hat er auf den Boden gespuckt und sagte nur ein Wort Samariter. Das müsst ihr mal sehen. Wenn die Juden zu Jesus sagten, du bist ein Samariter, dann hast du einen falschen Geist. Da müsst ihr mal überlegen, was das für eine Dimension ist. Und wenn der Jesus hingeht und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nimmt, um seinen Dienst zu zeigen, ist das gewaltig. Das ist eine ungeheure Dimension der Offenbarung, die Gott gibt. Aber die Samariter waren die Verachteten. Und dann passiert nämlich Folgendes, hier kommt der Heilige Geist über die Samariter. Aber als die sich bekehren, kommt der Heilige Geist nicht. Ja, warum denn nicht? Weil Israel die Samariter radikal abgelehnt hat und auch nicht wollte, dass sie zum Gleib des Christus gehören. Sie wollte auch nicht, dass die gerettet werden. Sie wollte das nicht. Was macht also der Herr? Er lässt den Heiligen Geist nicht auf sie fallen. Und zwar so lange, bis die Apostel kommen und ihnen die Hände auflegen. Handauflegen ist Identifikation. Das heißt, sie machen sich mit den Samaritern ein und dann fällt der Heilige Geist und damit sind sie offiziell aufgenommen. Damit gibt es keinen Zweifel mehr. Und dann kommt das, was uns wieder ganz hautnah betrifft. Kapitel 10. Beim Cornelius die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Römer, über die Heiden, über die Ökumene, den Rest der bewohnten Welt. Das meine ich Ökumene. Der Rest der Welt, die Zivilisation. Wobei unter Zivilisation jetzt alle Menschen auch hier gemeint sind. Einfach Menschen, die hier als Menschen leben. Und zwar, hier ist etwas, man sieht das, er predigt ihnen. Und die Heide mussten nicht in einer besonderen Weise identifiziert werden wie die Samariter, weil er hat ja den Juden das Zeichen des Zungenredens gegeben, um zu zeigen, dass er auch die Sprachen, die Juden, die haben übrigens zu den Heiden die Glossa, die Zunge, gesagt, also von daher war es klar, gibt ihnen das Zeichen des Zungenredens und damit wissen die Israelis, dass die Heide gerettet werden. Hier lässt er den Heiligen Geist auf sie fallen. Ohne Handauflegung, ohne Identifikation, einfach frei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf uns Heide kommt der Heilige Geist nicht durch Handauflegung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, da sind die Schwärmer gekommen und haben alle die Hände aufgelegt und haben gesagt, dass du den Heiligen Geist empfängst. Und ich sage, Entschuldigung, ich bin Heide, ich bin kein Samariter, ich bin kein Jude, ich will keine Handauflegung von dir, weil hier, dich kriegt der Geist völlig anders. Erst, Galater 3, 13, durch Glauben, sagt Galater 3, 13. Und so war es. Sie saßen hier gottesfürchtig, vor Gott erschüttert, überführt von Sünde, Sehnsucht nach Erlösung und er predigt ihnen, Jesus ist der Herr, du bekommst Vergebung der Sünde und in dem Moment, wie sie das im Glauben annehmen, passiert es, fällt der Geist auf sie und sie werden in einem Geist zu einem Leib getauft, werden wiedergeboren, sind gerettet. Das ist gewaltig. Und dann 19 hast du noch die Jünger des Johannes des Täufers, das steht dann für Judäa. Die Juden guten Willens, die bekehren sich in Ephesus, er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wisst ihr, wenn man die Bibel ein bisschen kennt, Römer 8, Vers 9, sagt die Bibel ganz klar, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Also wenn Paulus in einer ganz zarten, seelsorgerlichen Weise, die Jünger des Johannes, des Täufers, das sind sie, mit denen sieben Verse, fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was fragt ihr? Seid ihr überhaupt echt? Seid ihr bekehrt? Seid ihr Gotteskinder? Weil wenn ihr den nicht empfangen habt, seid ihr verloren. Jetzt kommen sie schüchtern, sagen sie, wir wissen nicht einmal, dass ein Heiliger Geist da ist. Sie wissen ja nichts. Dann erklärt er ihnen, dass sie an Jesus glauben müssen. Jemand, der nicht einmal weiß, dass er an Jesus glaubt, ist nie im Leben, oder glauben muss, ist nie im Leben bekehrt. Er belehrt sie, wie man sich bekehrt, erklärt ihnen, was sie tun müssen, zu dem Glauben, und dann lasst sie sich taufen, und dann fällt der Heilige Geist auf sie, und dann kommt Wiedergeburt. Also wir haben vier Stufen, und die vier Stufen werden in Apostelgeschichte 1, Vers 8 ganz genau erklärt. Damit ist letztendlich etwas passiert. Und zwar, es erklärt dann die Bibel. Darum ist wichtig, jede Stelle zu lesen. Wisst ihr, mich haben die Pfingstler einmal gefangen, indem sie mir nur Apostelgeschichte 2 vorgelesen haben. Hätte die mir alle Ställe vorgelesen, wäre ich wahrscheinlich sofort zurückgegangen und gesagt, Stopp. Titus 3, Vers 5. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Das heißt, der Heilige Geist ist reichlich ausgegossen. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass es außer diesen vier Teilausgießungen, Apostelgeschichte 2 über die Juden, Apostelgeschichte 8 über die Samariter, Apostelgeschichte 10 über die Heiden, über uns, und Apostelgeschichte 19 über die Jünger des Johannes des Täufers, dass es eine Fünfte gibt. Es gibt keine. Also ausdrücklich, es gibt keine fünfte Geistelsausgießung für die Gnadezeit. Die Fünfte, Fünfte Zahl der Gnade, ist auch kein Zufall, die Fünfte, die dann noch geschieht, ist Jesaja 32 endgültig über Israel. Ja, warum muss Israel eine Geistesausgießung haben? Weil bei der Entrückung Gott was ganz Einfaches macht, wisst ihr, wenn man das, da brauchen wir überhaupt nicht überlegen, wer ist bei der Entrückung dabei? Der Geheiligte, der Besondere, so wurde es gelehrt. Das ist alles Unsinn. Bei der Entrückung zieht Gott einfach den Heiligen Geist zurück. Jeder, der den Heiligen Geist in sich hat, ist dabei. Und was dann sein Leben wert war, es wird im Preisgericht Jesu Christi geregelt und nirgends anders. Aber jeder, der der Heilige Geist hat, der Gotteskind ist, wird bei der Entrückung hinweggenommen. Und jetzt rettet ja Gott Israel als Ganzes. Jetzt ist die Gemeinde als Ganzes bei ihrem Herrn. Ob das, wann das genau geschieht, sagt sie nicht. Kann aber zehn Sekunden passieren, bevor der Herr Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg. Das muss uns klar sein. Und dann, wenn er auf der Ölberg wiederkommt, dann werden sie den sehen, die Juden, den sie zerstochen haben. Vorher sind diese gewaltige kosmische Zeichen. Dann erfüllt sich Joel endgültig und dann gießt der Herr, der Heilige Geist, noch einmal, das fünfte Mal, aus über Israel. Allein, da wird kein Heide mehr gerettet, nur Israel. Und dann ist ganz Israel hier als auserwähltes Volk, nämlich der Überrest, der überlebt hat, ist wiedergebracht. Die zwei Drittel, die starben, das Geld verloren. Muss uns klar sein. Dann ist die Heilsgeschichte am Ende, dann hat sich der Kreis geschlossen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Was heißt es? Es heißt für mich, und wir werden das gleich sehen, es heißt für mich sehr viel. Das bedeutet, wenn ich das Alte Testament lese, dann muss ich wissen, hier war der Heilige Geist nur auf König, Priester, Prophet und Arbeiter in der Stiftshütte. Dann muss ich wissen, der Heilige Geist war nur als Schechina, als Wolken- und Feuersäule auf der Stiftshütte im Allerheiligsten. Ich muss wissen, dort war Wiedergeburt im Sinne von neuestem stammmännlicher Wiedergeburt nicht möglich. Ich muss mir bewusst sein, auch zur Zeit der Evangelie sagt der Jesus, der Heilige Geist kommt erst als Geist der Sohnschaft. Wenn ich weg bin, wenn ich in den Himmel gefahren bin, wenn ich aufgefahren bin, wissen Sie, darum ist auch Himmelfahrt so wichtig. Ich frage schon manchmal, frage die Gläubige, was soll ich mit Himmelfahrt anfangen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er zurückgegangen ist ins innerste Heiligtum, sie ihn niedergesetzt hat, um anzuzeigen, es ist vollbracht, es ist nichts mehr zu tun, es ist alles geschehen. Und jetzt sagt die Bibel, der Heilige Geist geht vom Vater aus und der Vater gibt ihm Jesus und das sagt auch der Petrus in Apostelgeschichte 2. Er gießt ihn aus über alles Fleisch. Und jetzt ist der Heilige Geist ausgegossen über alles Fleisch, das ist wie eine Lufthülle. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir eine Lufthülle haben, haben wir Hülle durch den Heiligen Geist über alles Fleisch, über die ganze Erde. Darum kann ein Neger beten, darum kann ein Chinese beten, darum kann ein Indianer beten, darum kann ein Russe beten, darum kann ein Deutscher beten, darum kann ein Italiener beten, kann jeder beten, wie er will. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Vollzugriff da. Der Heilige Geist ist jetzt allgegenwärtig auf dem ganzen Erdball. Darum kann sich auch jeder an jeder Stelle bekehren. Da können sich 4000 auf einmal an jeder Stelle unterschiedlich bekehren. Es ist alles da. Universelles Heil. Jeder, der den Namen anruft, kann gerettet werden. Jesus hört jeden. Er hört mein Gebet, wenn ich intensiv bete oder zum Vater im Himmel. Und ein Chinese an der Mauer macht das gleiche in China, hört er es genauso. Weil Gott allgegenwärtig ist, höchste Intelligenz, unfassbar für unser Hirn und durch den Heiligen Geist vollkommener Zugang. Das ist einmal ganz wichtig. Jetzt ist der Heilige Geist da. Und Titus sagt, er wird nicht mehr ausgegossen. Wissen Sie, wenn die Gläubigen so mit ehrfurchtsvollem Staunen, manchmal hast du eingedrückt, es geht ihnen auch ein heiliger Schauer über den Rücken, dann erzählen, da war die Erweckung durch diesen großen Evangelisten. Da hat Gott den Geist ausgegossen, muss ich sagen. Es ist wunderbar, dass er Weckung war. Aber etwas hat er ganz sicher nicht gemacht. Der Heilige Geist ausgegossen. Der ist ausgegossen in Apostelgeschichte 2, ist ausgegossen in 8, in 10, in 19 oder wird ausgegossen über Israel am Schluss, das fünfte Mal, Jesaja 32, 15. Aus. Es gibt keine weitere Geistesausgießung. Das heißt, ich habe den Heiligen Geist in Fülle ausgegossen. Ja, wo ist noch mein Problem? Mein Problem ist bloß, dass dieser Heilige Geist mich erfüllt. Das ist das Problem. Aber nicht die Ausgießung des Geistes. Bis um Pfingsten bedeutet, Entstehung der Gemeinde, Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist alles jetzt durch den Geist da. Und wenn der Geist in meinem Herzen wohnt, ist alles da. Es ist nur noch eine Frage, wie ich mich benehme, ob es wirkt. Das ist die Frage, ob es wirkt. Epheser 1, 13 sagt noch mal ganz klar, wie ist es geschehen? Wisst ihr, Heilsgewissheit, Gläubige, wie sie vorgehen sollen. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich möchte im Pressgericht Jesu Christi nicht alle diese Lehren vertreten, die ich inzwischen kennengelernt habe, im Reich Gottes. Epheser 1, 13 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob, bis seiner Herrlichkeit. Die Bibel sagt ganz klar, und das seht ihr in Apostelgeschichte 10, in der Sekunde, wie ich zum Glauben kam, kam der Heilige Geist in mein Herz, hat mich versiegelt, hat mich mit dem Heiligen Geist getauft, hat mich gerettet, hat mir das Pfand gegeben. Es ist in der Sekunde des Glaubens passiert. Jeder Wiedergeborene hat die Fülle des Heiligen Geistes. Bei der Wiedergeburt wurde ich das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist Fakt. Das ist biblisch. Besonders das sind Menschenlehrer, die die Leute verrückt machen, dass sie sich Hände auflegen lassen, dass sie das tun, was sie wollen. Oft geht es ja nicht nur ums Hände auflegen, sondern das tun, was die Menschen wollen. Das ist Schande. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen, ein für allemal. Wir empfangen ihn durch Glauben. In dem Moment, wenn wir glauben. Und darum sagt 1. Korinther 12, 13. Das ist wichtig. 1. Korinther, ja was ist ein Korinther für eine Gemeinde gewesen? War das eine geheiligte Gemeinde? Paulus sagt, ihr seid doch Babys. Ihr seid doch fleischlich. Ihr seid doch unmöglich. Ihr duldet Unzucht. Ihr duldet alles in euren Reihen. Ihr duldet Blutschand. Ihr seid unmöglich. Gott wird Leute hier bei euch töten. Ich sage es mal in meinen Worten. Was sagt er von denen? Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Bitte? Kein Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Die braucht kein Geiststaufe. Die braucht keine zusätzliche Neuausrichtung. Sie sind in einem Geist getauft. Sie haben alle Gnadengabe, die sie brauchen. Und das sagt ganz klar. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das sieht. Sie brauchen keine besondere Gabe. Sie haben alles. Und er sagt, ihr seid alle, alle, die fleischlichsten, unmöglichsten Gläubigen. Ihr seid alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Jeder Gläubige ist geistgetauft. Jeder Gläubige gehört zum Gläubigen Christi. Das ist alles, der hat alle Geistesgabe. Und in Apostelgeschichte 11, das ist mit das wichtigste Kapitel, ab Vers 1 bis Vers 18, muss sich Petrus rechtfertigen, dass er die Heide evangelisiert hat. Dass der Geist auf die Heide kam, muss ich mir vorstellen. Er hat sich aufgeregt, Israel. Jetzt erklärt er ganz einfach. Er berichtet, und da sagt er, wie jetzt der Cornelius berichtet, dass er Petrus holen soll. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Das heißt, beim Cornelius, bei dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, ging es um Errettung. Schon mal Punkt 1. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am Anfang. Also, Pfingster. Es war genau das gleiche wie bei Apostelgeschichte 2. Das Dritte, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Geistestaufe. Errettung, Pfingster, Geistestaufe. Wenn nun Gott ihnen die gleiche, Isos heißt gleichschenklige Dreieck, also völlig gleich, völlig deckungsgleich, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Der vierte Punkt, er sagt, sie haben genau den gleichen Heiligen Geist, genau die gleiche Gabe empfangen, und zwar in der Sekunde, als sie glaubten. Jetzt studiert doch mal Apostelgeschichte 10, wie die geglaubt haben. Die haben nur im Glauben angenommen. Die haben nicht immer gebetet, ist euch das klar? Die Bibel berichtet nicht, dass die gebetet haben. Die haben nicht im Glauben angenommen, in der selben Sekunde fällt der Geist. Wir empfangen den Heiligen Geist durch Glauben. Sobald du glaubst, dass du ein elender Sünder bist, sobald du glaubst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, sobald du im kindlichen Glauben diese Erlösung als freies Geschenk, ohne dass du was dazu kannst, einfach annimmst und Danke sagst, in der selben Sekunde wirst du die Wiedergeburt erleben. So dein Herz aufrichtig ist vor Gott, sage ich immer. Wenn man das bloß formell macht, dass es gemacht ist, aber sobald ich das so meine und wirklich will, oft kommt man ja in große Not und Schwierigkeiten. Sobald man will, in der selben Sekunde tut es der Herr. Man kann es nicht fühlen. Das ist ein Problem, ihr versteht. Ich habe jahrelang rumgekämpft, weil ich es nicht gefühlt habe. Inzwischen bin ich froh, dass ich es nicht gefühlt habe. Es geschieht laut Schrift in der selben Sekunde und damit ist der Geist ausgegossen und der wird genau gleich nochmals ausgegossen nach der Hinwegnahme der Gemeinde über Israel. Wenn Gott Israel einnimmt. Und was ist jetzt? Warum sage ich, Pfingst ist für uns so wichtig? Jetzt ist der Geist ausgegossen. Wisst ihr, wenn man zum Beispiel sagt, oh, der Petrus war auch schwach, als der Herr ihn gefragt hat, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Phileo? Antwortet er. Der Herr Jesus fragt ihn, liebst du mich mit Agape, mit der göttlichen Liebe? Liebst du mich wirklich? Und der Petrus sagt, Phileo, du bist mir sympathisch, ich mag dich, ich hab dich gern. Können wir sagen, Mensch, was macht der Petrus? Nee, der hatte der Heilige Geist nicht. Der Geist der Sohnschaft war nicht in seinem Herz. Das ist eine logische Darstellung in der Schrift. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, die ganzen Schwachheiten des Petrus sind kein Alibi mehr für uns. Versteht ihr? Ich kann nicht verleugnen und sagen, wenn selbst schon Petrus verleugnet hat, dann kann ja ich auch mal verleugnen. Geht nicht aus dem Grund, weil ich hab den Geist der Sohnschaft und der Petrus hat ihn dort noch nicht. Das heißt, ich hab jetzt die Fülle des Heiligen Geistes, ich hab alles, wisst ihr was das heißt? Praktisch. Ich hab keine Ausrede mehr. Gar keine. Es ist alles da. Alle Gnadegaben, die ich brauche. Der Heilige Geist in Fülle. Alles da. Sein Pfingster. Mein Pfingster, war mir dollarstark, wenn ich es richtig im Kopf hab, 31. Mai 1974. Da war mein Pfingster. Pentekoste, dort ist es passiert. Mein 50. Tag, meine Rettung. Manche sagen, ich weiß es nicht. Hab ich volles Verständnis. Ich hab lang zweifelt, ob es das überhaupt war, ob es nicht doch ein anderer gewesen wäre, ein paar Jahre später oder so. Gott weiß es, das ist nur wichtig. Aber es geschieht gewaltig im Bruchteil einer Sekunde, sobald wir den Herr aufnehmen. Und jetzt sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Sobald der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt, muss eigentlich Johannes 16, nicht der siebte Vers, sondern die Verse danach, auch passieren. Weil dann ist ja der Heilige Geist da. Ich lese ab 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt, der Heilige Geist leitet immer ins Wort Gottes hinein. Alles, was nicht vom Wort Gottes gedeckt ist, ist nicht der Heilige Geist, ist klar. Soll ich mal aufzählen, was die Gemeinde Jesu im Laufe der Jahre alles an Schrott, an Schutt, an Tradition zusammengebastelt hat, wo nicht in der Bibel steht, wo der Heilige Geist sicher nicht in alle Wahrheit geführt hat. Man würde erschrecken. Glaubt mir das. Man erschrickt, wenn man das sieht. Die Bibel sagt, der Heilige Geist führt immer ins Wort Gottes hinein. Es ist so einfach. Ein ganz praktisches Beispiel aus der Schwarmerei, da fallen die Leute rückwärts auf den Rücken. Was sagt die Bibel? Wenn Gott dir begegnet, fällst du auf dein Angesicht. Wenn du rückwärts stürzt, 1. Mose 49, 1. Samuel 4, Isaiah 28, wenn du rückwärts stürzt, ist ein Gericht. Damit ist für mich das Thema erledigt. Ich diskutiere überhaupt nicht mehr über so eine Frage. Sobald jemand die Kontrolle über sich verliert, die Bibel sagt, die Frucht des Geistes ist ein Gratia, Selbstkontrolle. In dem Moment, wie ich rückwärts umfalle oder meine Kontrolle über mich verliere, ist das nicht der Heilige Geist. Ausgeschlossen. Das kann jeder Geist sein, den es auf der Erde gibt. Und wenn es bloß der menschliche ist, aber nicht der Heilige. Weil der Heilige Geist bewirkt Kontrolle bei mir selber. Das heißt, wenn der Heilige Geist mich erfüllt, werde ich nicht in Trasse versetzt, falle nicht rückwärts um, sondern ich werde mich kontrollieren können. Ich kriege Kontrolle über mich, über mein Fleisch, über meinen Geist, über meinen Körper, über meine Unmöglichkeit kriege ich Kontrolle. Das heißt, jetzt ist der Heilige Geist da. Das heißt, ich kann völlige Kontrolle ausüben. Wissen Sie, wenn jetzt der Heilige Geist den Menschen wirklich erfüllt, jeder behauptet ja, ich habe Recht. Was ich Mails kriege, was ich Gespräche führe, was ich schon Gespräche geführt habe. Jeder sagt, du bist der Chaot und ich bin der Wahre. Sag es immer, Erfungsteil. Zur Ehre aller mit Leuten, mit denen ich rede, hat auch viele, die sind anders, die suchen Hilfe. Aber es kommen viele solche Leute, die immer sagen, wir haben die wahre Erkenntnis. Entschuldigung, das ist doch schon geschrieben. Du brauchst ja keine neue Erkenntnis, du musst nur lesen. Lesen ist einfach. Galater 5,22 Die Frucht des Geistes ist Liebe. Die ist nämlich ausgegossen in mein Herz durch der Heilige Geist. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wie sollen das sagen manche? Ja, wisst ihr, das ist bei mir da, aber versteckt nicht dir gegenüber, weil du ärgerst mich gerade. Ich muss sagen, Entschuldigung, in der Bibel steht, wenn du den Bruder nicht liebst, kannst du Gott nicht lieben. Wenn du diese Dinge nicht auch Menschen gegenüber hast, ich sage ausdrücklich, den Menschen gegenüber, hast du sie auch Gott nicht gegenüber. Das ist Fakt. Da fängt es an, der Mensch ist so ein raffiniert, schlaues Gerät. Er versucht dauernd Gott auszutricksen. Wenn ich dann sage, also gut, Karl Hermann, Spiegel des Wortes Gottes. Liebe, suchst du für die anderen das Beste? Ist deine wahre Freude der Herr? Hast du Friede wie ein Wasserstrom? Bist du langmütig? Kannst du alles ertragen? Das ist aber nicht das Zeichen der Wiedergeburt, dass man es richtig versteht. Diese Merkmale sind Zeichen, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, nicht Wiedergeburt. Wiedergeburt hat nur ein Zeichen. Ich habe Jesus angenommen und bin durch. Sondern hier ist die Erfüllung mit dem Geist gemeint. Bin ich freudlich? Bin ich gütig? Bin ich treu? Kann man sich auf mich verlassen? 100 Prozent? Bin ich sanftmütig? An dem Punkt kratze ich, sage ich ganz ehrlich. Bin ich sanftmütig? Warum steht da sanft Mut? Weil man, um sanft zu sein, Mut braucht. Der Mensch hat ja immer noch diese alte, manche sind ja Jäger, manche sind Sammler, aber wenn du so ein bisschen Jägernatur hast, dann hast du immer den Gedanken, du musst dich jetzt wehren, du musst gleich das Schwert ziehen und den Bogen nehmen. Und um das nicht zu tun, da braucht man Mut. Mut vor Gott. Und dann, das Herrliche steht. In Krataya, Selbstbeherrschung. Dass ich mich völlig beherrsche. Dann bist du voll Heiligen Geistes. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Warum bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes? Weil der Herr Jesus, als der jetzt der Geist ist, in meinem Herzen wohnt und weil er das wirkt, je mehr ich ihm mein Herz überlasse. Und das ist das, was Gott will. Tinkste bedeutet und die Folge von der Geistesausgießung, dass Gott will, dass die Früchte des Geistes mein normales Leben werden. Da brauchen wir keinen Perfektionismus aufbauen, das ist oft ein Weg, wo ich lernen muss, mich mit Christus gekreuzigt zu halten, meine alte Natur ablegen muss, mein Stolz ablegen muss, wo ich lernen muss, dass es mir egal ist, was andere von mir denken. Wisst ihr, das sind Schritte. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Das heißt, wenn der Heilige Geist durchs Bibel lesen, an meinem Herzen, das Schwert des Geistes, wie bei den Leuten in Apostelgeschichte 2 ansetzt, mein Herz durchbohrt, dann darf ich den nicht dämpfen. Das heißt, ich darf es nicht abmildern. Dämpfen heißt abmildern. Wenn der Jesus sagt, geh von deinem hohen Ross runter, durch den Geist, und mein Herz anspricht, dann muss ich sagen, jawohl, ich geh jetzt runter von meinem hohen Ross. Und ich sage, oh Herr, ja, ich weiß. Ich sollte vom hohen Ross runter und ich werde, ich stehe schon im Steigbügel. Es ist nur noch freier Zeit, bis der Fuß den Boden berührt, so ist der Mensch. Da ist dann sofort vom hohen Ross runtergekommen. Epheser 4, 20. Ihr Markt, Pfingst hat eine riesige Wirkung, weil der Geist da ist, weil ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, weil alle Geistesgabe, es ist alles da. Die Frage der Funktionalität, ob das alles funktioniert, liegt nur bei mir. Das ist bei niemandem. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Man kann auch den Heiligen Geist betrüben, dem man da auch Nein sagt. Wisst ihr, da ermahnt mich der Heilige Geist in der stillen Zeit, dann kommen die Geschwister, das ist dann die zweite Stufe, wer nicht hören will, muss fühlen, dann kommen die Leute und sagen, hey du, Karl, das kennt ihr mir hier mal. Und wenn er den Mensch dauernd, obwohl es echt ist, es gibt auch Unechtes, wo bloß geschwätzt wird, aber sobald der Heilige Geist wirklich wirkt und ich Nein sage und blockiere, dämpfe ich den Heiligen Geist, ich betrübe ihn dann in der Endstufe und dann zieht sich der Heilige Geist unter Umständen für eine Zeit zurück, bis Gott mich erzogen hat, dass ich das nächste Mal zuhöre. Und das kann dann Hebräer 12, Vers 4 bedeuten, ganz heftige Erziehungsmaßnahmen Gottes. Und jetzt müssen wir etwas sehen, im Saharia 4, schon hat Gott sein Grundprinzip geoffenbart. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, da sieht man den Leuchter von Gold drüber, das Ölgefäß, da leuchtet die Gemeinde, das Ölgefäß, die Fülle des Heiligen Geistes, sieben Gießrohre, der göttliche Weg. Und jetzt sagt er etwas Hochinteressantes in Vers 6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Epheser 4, 11. Wisst ihr, wir sind nicht die Großen, sondern wir haben über uns den Herr, der Herren, der König, der Könige, der Sohn Gottes, der geoffenbart ist, der auch verstanden ist, der sein Blut vergossen hat, der Herr der Gemeinde. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getarfen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und in diesem Tempel wohnt der Herr, der der Geist ist. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, nicht durch Herr und nicht durch Macht. Das heißt, nicht durch deine Bildung, nicht durch deine Intelligenz, nicht durch deine Schönheit, nicht durch dein smartes Wesen, nicht durch deine Kommunikationsfähigkeit, nicht durch deine Freundlichkeit, nicht durch deine Nettigkeit, nicht durch deine Geschlüfferheit. Nein! Es hindert Gott, sondern durch seinen Geist. Das heißt, jeder, der wieder geboren ist, hat laut 1. Petrus 4, Vers 10, mindestens eine Gnadengabe zum Dienst. Der hat noch mehr. Aber eine hat er zum Dienst. Jetzt fängt er an, das Menschliche unterzugehen. Das ist das, was die Leute ärgert. Ich habe ihre Zeitung gelesen, wo er gesagt hat, ich habe so die Nase voll von dem beleidigt sein in der Gemeinde. Ich habe gesagt, das kenne ich. Das ist was ganz anderes. Und wenn ich sage, ich kenne das, dann kenne ich es auch von mir. Ihr versteht? Das ist ja so. So ist der Mensch. Und ich will ganz sachlich sagen, du sollst letztendlich hier dem Wirken des Geistes nachgeben und akzeptieren, dass er sitzt, dass er wirkt, dass er an die Arbeit schickt. Und wenn es jeder ehrliche Weise tut, dann kommt plötzlich das Konzert aus Epheser 4, dass das Haupt über die Gelenke, über die Gnadegabe die ganze Gemeinde steuert. Das will Gott, das ist Pfingste. Das wollte Gott, nicht nur die Früchte des Geistes, sondern dass er das von sich aus leitet. Es ist ganz einfach. Bin ich voll Heiligen Geistes? Dann funktioniert es. Bin ich nicht voll Heiligen Geistes? Funktioniert es nicht. Darum sagt Paulus in Epheser 5, 18 Werdet voll Geistes. Aber was mich geschockt hat, er sagt davor, und berauscht euch nicht mit Wein. Was heißt? Man kann Ersatzbefriedigung suchen, wenn man nicht voll Heiligen Geistes ist. Und das ist ein Problem. Wissen Sie, diese Ersatzbefriedigung, wenn man diese Ersatzbefriedigung wegwirft und kommt und sagt, Herr, erfüll mich mit dem Geist. Ich will das. Ich will dein Eingreifer in meinem Leben. Ich will, dass du meine Gnadegabe auslöst, nicht dich. Wenn man das tut und immer im Hintergrund hat, der Heilige Geist wird überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt ins Wort Gottes hinein und er verherrlicht Jesus. Das ist nämlich in Johannes 16, Vers 14 der entscheidende Punkt. Er führt nicht nur ins Wort Gottes hinein, sondern er verherrlicht der Heil Jesus. Dann ist in meinem Herzen immer nur ein großer Wunsch, Jesus zu verherrlichen. Wisst ihr, was ich zu oft höre in letzter Zeit, sage ich ganz ehrlich. Ich höre zu oft, dass Leute sagen, zur Ehre Gottes, da geht es mir einen kalten Buckel runter. Ich muss sagen, ja, ja, Floskel. Vielleicht auch nicht Floskel. Die Bibel sagt ganz klar, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er tut das automatisch. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das kommt von allein. Es kommt wie ein Wasserstrom. Aber ich möchte es auch am Schluss nicht verhehlen. Es gibt da in 2. Korinther 11, 4 eine furchtbare Bibelstelle, wo Gott das furchtbare Wesen des Menschen zeigt und sagt, es gibt einen falschen Jesus und es gibt einen falschen Geist. Und der falsche Geist verherrlicht nicht Jesus. Der falsche Geist führt nicht in die Bibel hinein. Der falsche Geist wirkt nicht die Früchte des Geistes. Der falsche Geist bewirkt nicht, dass ich meine linke Backe hierinhalte, sondern mache gerade das Gegenteil. Jetzt sagt die Bibel, an dem würde ich es erkennen, an ihren Früchten. An dem werde ich erkennen, wie ein Geist wirkt, ob es der Heilige Geist ist. Und lasst mich noch ein Gedanke zum Schluss ausführen, der mich unendlich bewegt. Der Heilige Geist wird in der Bibel mit einer Taube symbolisiert. Und als Noah die Arche landen ließ, da war Wasser. Wasser ist in der Regel ein Bild für die Völker. Hier fürs Gericht natürlich, aber sonst schau. Und als die Taube flog und wenn die Taube übers Wasser fliegt und im normalen Wasser, wo unwiedergeborene sind oder fleischliche Gläubige, dann passiert das Gleiche wie in der Arche Noah. Die Taube kriegt keinen Platz, wo sie ruhen kann. Die Taube hat umgedreht, ist wieder zurückgekommen in die Arche. Jetzt müssen wir uns ernstlich überlegen in unserem Herzen. Ist unser Herz vom Wasser erfüllt? Welt ist Wasser. Auf Erbarung 17, 15 sagt das Völkermär ist mein Herz so mit Wasser erfüllt, dass die Taube nicht landen kann? Und dann muss ich sagen, Herr, gib mir ein Herz, das so ist, dass ein fester Boden ist, der vom Herrn Jesus geschaffen ist, dass die Taube landen kann. Dass der Heilige Geist zu mir reden kann. Das ist ganz einfach. Ich habe die Woche etwas umfüllen wollen in ein Glas und da ist etwas Altes drin gewesen. Ich musste zuerst Alte raustun, das Ding ausspülen, dann konnte ich es neu einleeren. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Genauso ist es mit dem Herz. Ich muss zuerst einmal die Welt, das Wasser, den ganzen Dreck und das, was der Herr Jesus hindert, ausleeren. Dann muss ich es reinigen lassen durch Jesu Blut. Dann ist schon einmal 3. Mose 14 erfüllt. Das Blut ist da und dann kommt das Öl oben drauf und dann kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jetzt kommt zum Schluss einfach der entscheidende Punkt. Wer ist verantwortlich, wer ist verantwortlich, was Pfingsten für eine Wirkung hat? Ich für mich, du für dich. Das ist dein Problem. Jeder von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn er gerettet wird. Wenn er Gottes Kind ist, ist er Tempel des Heiligen Geistes. Kommen die Früchte des Geistes in Galater 5,22? Wenn sie nicht kommen, bist du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Kann er dich leiten? Löst er deine Geistesgabe aus? Bist du auf dich stolz oder verherrlichst du Jesus? Und zwar nicht, wenn man es dir sagt, nicht, wisst ihr, bla bla, sondern weil es von allein kommt, weil es ganz von allein aus deinem Herz heraus kommt, dann bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Akzeptierst du nur, weil in der Schrift geschrieben steht, bindest du dich ganz eng an die Schrift. Das ist eine Wirkung vom Geist. Erklärst du die Leute nicht besondere Theorien, sondern sagst ihnen, was der Heilige Geist ihnen sagen will, dass sie überführt werden von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Redest du von Verloregeher, redest du letztendlich von dem großen Opfer Jesu und redest du von dem, dass Gott befohlen hat, dass jeder Mensch Buße tun muss. Wisst ihr, dann merkst du, dann bist du im Heiligen Geist. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal ganz ehrlich, ich bin unendlich froh, dass ich am 30. oder am 31. 1974 Pfingsten erlebt habe, wieder geboren wurde, in einem Geist zu einem Leib getauft wurde, Gottes Kind wurde, gerettet wurde. Aber wisst ihr, es geht nicht grausig lange, bis diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nachlässt. Leider ist mein Herz nicht wie die Arche mit Teer verpicht, dass kein Wasser reinkommt. Sondern leider habe ich festgestellt, mein Herz hat diesen Teerschutz nicht, und da kommt halt schon mal was rein. Und wir sind jetzt letztendlich allein vor Gott. Paulus sagt einmal, ich stehe vor Gott, in Christus, wir sind allein vor Gott und unser Herz ist der Kampfplatz. Und jetzt sind wir verantwortlich, was wir mit diesem Herz tun, ist das bloß so eine Anweisung von der Schrift, wer dort voll Geist ist, wer dort voll Geist ist, das heißt, sei gehorsam. Wisst ihr, das ist klar. Voll Geist ist, da bin ich jetzt klar für Jesus Christus, da bin ich gehorsam. Bin auch gehorsam, der Ordnung einer Gemeinde und der Struktur reinzugeben, das gehört alles dazu, ich sage es nochmal, wer Menschen nicht gehorsam ist, ist auch Gott nicht gehorsam. Dass man einfach diese ganzen Strukturen, wie Gott sie gegeben hat, dabei meine ich jetzt nicht, wenn etwas falsch ist oder biblisch nicht in Ordnung ist oder Irrlehre, dass man das akzeptieren muss, muss ich nicht. Sondern, dass man einfach nüchtern sachlich, diese geistlichen, klaren Dinge, und das sind oft die Kleinigkeiten, wisst ihr, wenn ich beim Gehorsam manchmal scheitere, dann sind es doch nicht die besonderen Dinge, es sind die Kleinigkeiten, da im Alltag, wo Gott ganz nüchtern sachlich in der Schrift spricht und du fährst einfach drüber im Fleisch, dass man diese Dinge ganz einfach ernst nimmt und wirklich sagt, Pfingste ist geschehe, ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft, ich bin Glied an diesem Leib, jetzt will ich auch ein wahrer Tempel des Heiligen Geistes sein. Und dann ist Pfingste geschehe, langfristig. Das war der Sinn, dass das für uns dauernd möglich ist. Du hast alles, alles, ich möchte es nochmal betonen, du hast alles, ich habe auch alles. Bloß die Frage ist, was tun wir mit? Wisst ihr, wo sich das entscheidet? Spätestens, wenn wir hier rausgehen.